Wetterbericht für Essen für den 5. September 2041. Nach der dritten Sommerhitzewelle meint es das Wetter heute gut mit uns. Die Gewitter, die gestern durch das Tief Armin über Essen wüteten und für mehrere Tornados über dem östlichen Ruhrgebiet sorgten, sind nach Südosten abgezogen. Mit der nordwestlichen Strömung Olaf zieht kältere Luft ins Sendegebiet. Bei einem Sonne-Wolken-Mix erwarten uns angenehme 28 bis 30 Grad. Wer kann, sollte die angenehmen Temperaturen für einen Besuch im Grugerbad nutzen. In der Nacht fällt das Thermometer erstmals nach drei Wochen wieder unter 26 Grad. Wir empfehlen, die Wohnung gut durchzulüften. Die vierte Sommerhitzewelle lässt aber leider nicht lange auf sich warten. Ab übermorgen dreht die Strömung auf Südwest und uns erwartet schwülwarme Tropenluft. Die Temperaturen steigen auf 41 Grad am Kennedyplatz. Am Baldeneysee ist es mit 39 Grad im Schatten ein wenig kühler. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits jetzt eine Hitzwarnung ausgegeben und warnt erneut vor Hitzschlag. Planen Sie daher den Tag so, dass Sie zwischen 12 und 14 Uhr möglichst drinnen verbringen. Und die Stadtverwaltung bittet einmal mehr darum, wieder auf die älteren MitbürgerInnen zu achten, damit sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Bleiben Sie daher gesund!